Ich sage zu den Mädchen, die in der Schule sind, bitte, mach deine Arbeit jeden Tag, jeden Tag. Mach langsam, langsam und interessiert dich mit den Dingen, dass du dich beschäftigst und dann du bist erfolgreich. Bestimmt, du willst erfolgreich. Offenheit ist sehr wichtig im Leben. Man kann auch unterhalten, die Probleme, die Interessen mit den Lehrern, mit der Familie, mit Kollegen, mit Freunden. Offenheit ist sehr wichtig und nimm jeden Tag, als ob der Tag der letzte und der letzte wäre. Das wäre gut.